Herzlich Willkommen! Wir sind Cornelia und Daniel Weinfütter von Sanster Alpakas. Wenn ihr in unserem nachhaltigen Chalet übernachtet, erwartet euch ein gefüllter Kühlschrank zur Stärkung für die bevorstehende Alpaka-Wanderung. Bei einer geführten Alpaka-Wanderung kommt ihr den Tieren so nah wie sonst nie. Am Abend könnt ihr es euch vor dem knisterten Kamin gemütlich machen. Ein weiteres Highlight ist die freistehende Badewanne mit Blick auf die Alpaka-Wanderung. Unsere Alpakas haben international prämierte Genetik, einen gesunden Körperbau und bemerkenswert feine Wolle mit hochfrequentem Krim. Deswegen vertrauen uns europaweit Alpaka-Züchter ihre Stuten zur Deckung an. In unserem Hofladen bieten wir auch eigene, regional hergestellte Produkte aus unserer feinsten Wolle um. Wir freuen uns auf euren Besuch! Auf Wiedersehen und allein! belowend!